Es ist so lustig, weil ich fange meinen Brief mit dem gleichen Satz an. Ich erinnere mich gerne an unsere erste Begegnung zurück. Wer hätte damals gedacht, was für eine tolle Liebesgeschichte sich daraus entwickelt. Das Schicksal hat es gut gemeint. Ich liebe dich für unglaublich viele Dinge. Es kann schwer in Worte gefasst werden. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Mein Traummann, mein zukünftiger und mein Schatz. Ich freue mich auf jede weitere Sekunde in unserem gemeinsamen Leben und auf mehr besondere Momente wie heute. Zusammen sind wir eins. Auf ewig. Deine dich liebende Regina. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich denke gerne an den Tag unseres ersten Kurses zurück. Zwischen tausenden von Menschen blieb für ein paar Sekunden die Zeit für uns stehen. Es war, als würde mein Herz einen Schlag aussetzen. Um mich war es geschehen. Aber da wurde jede Berührung zur Achterbahnfahrt. Jede Minute, die ich mit dir verbrachte, so leicht, als würde ich fliegen. Einem sehr besonderen Menschen gab ich ein Versprechen. Daran werde ich mich für immer erinnern. Ich werde dir der beste Ehemann unserer Kinder, der beste Papa und irgendwann unsere Enkelkinder, der beste Opa. Zuerst aber werde ich den heutigen Tag mit dir an meiner Seite genießen. Eine Freundin, ein ewiger Leben, als Alex, als Ehemann. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.